Das Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzl ist als Aufsichtsbehörde für eine hohe Sicherheit in der Schweizer Luftfahrt zuständig. Darunter fallen rund 3'000 Luftfahrzeuge, vom Grossraumflugzeug bis zum Ballon, sowie die Lizenzen von 12'000 Pilotinnen und Piloten. Ausserdem beaufsichtigt das Batzl die Schweizerische Flugsicherung Skyguide, Meteoswiss und sämtliche Flugplätze, sowie mehr als 200 Unterhaltsbetriebe und über 120 Flugschulen. Das Batzl sorgt auch am Boden für mehr Sicherheit im Luftverkehr, sei es auf den Flugplätzen, oder bei der Sicherheitskontrolle der Passagiere. Das Batzl überwacht und kontrolliert die internationalen Vorgaben. Zudem setzt sich das Amt als Durchsetzungsstelle auch für die Rechte der Passagiere ein. Flughaos, insolvente Airlines, gestrandete Passagiere. Zwischen 5'000 und 6'000 Personen wenden sich pro Jahr an das Batzl und wir versuchen sie zu unterstützen. Die Zivilluftfahrt ist international eng vernetzt. So erarbeiten unsere Mitarbeitenden in internationalen Gremien wegweisende Konzepte für einen koordinierten und zukunftsorientierten Luftverkehr. Beim Batzl arbeiten aber nicht nur Ingenieure oder Juristinnen. Auf dem Gebiet der Entwicklung von Elektroflugzeugen oder Treibstoffen aus erneuerbaren Energien setzen sich unsere Mitarbeitenden seit Jahren erfolgreich für eine nachhaltige Zukunft der Luftfahrt ein. Wir sind dafür besorgt, dass die Umweltbelastung der Luftfahrt möglichst gering und in Zukunft noch kleiner wird. Das Batzl engagiert sich national und international für die technische und regulatorische Entwicklung unbemannter Luftfahrzeuge. Insbesondere bei der Integration dieser innovativen Luftfahrzeuge in den Luftraum hat das Batzl Pionierarbeit geleistet. Das Batzl – eine vielfältige Behörde mit vielfältigen Aufgaben. Das Batzl – eine vielfältige Sprache. Das Batzl – eine sehr viele Werte daran mit vielfältigen Softhin. Das Batzl – eine sehr vielfältige Sprache. Das geht um ein bisschen leicht mit dem sounden. Das hat dasoz! Das hat die Luftfahrzeuge gemacht. AusjawnIVE Technologien aus einem sehr vielfältigen Amidem. Vielen Dank.